Ich grüße euch. Ich grüße euch auch. Hier ist der Orgut von Nice. Wir gehen jetzt zum Feuertag Wohlenmarkt. Das haben wir vor. Hier ist übrigens Cassie. Das ist doch der Hammer. Sehr schön. Oh toll. Ganz neu geht es hier. Heute zum ersten Mal. Leute, jedem ist mal ein Blühwein gekommen. Was haben wir denn hier schon? Ganz schönes. Ganz viele gebratene Mandeln. Schaut uns das an. Hier müsst ihr hin. Hier müsst ihr hin. Leider nicht. Ja. Das ist doch echt so. Das ist doch echt so. Wie der Dukat. Ja. Tschüss. Guck dir jetzt mal an. Hier die ganzen Weihnachtsmorzen und so. Oh, ich hab das ganz lecker. Peter. Ja. Es gibt noch Chantillon. Oh ja, ich hab das Chantillon noch. Guck gleich. Nicht schlimm. Okay. Es gibt Kölsch. Es gibt noch Kölsch. Ja. Kölsch. Es ist Kölsch. Aber weißt du, was noch nicht fehlen darf? Ja, ich denke mal da rüber. Blühwein! Ja, ist ja gut. Wie sie möchte. Sie können beides haben, sie können nur eines haben, aber gar nichts wie sie möchten. Oma ist freigekommen. Wie sie möchte. Wie sie möchte ich so, das ist viel zu öffnen. Wie sieht er aus? Wie sieht er aus? Wie sieht er aus? Wie sieht er aus? Ja, aus. It's going to take some time Talkin' to each other Very spicy In my feet in Harlem brown So the scene for the day So the scene for the day So the scene for the day Have you hungry? What's your favorite? What do you take? I take a nice cream Which one? Hotella 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 Ja, auf jeden Fall. Kleine, aber feine. Leckeres? Heiß? Ah, sie genießt. Die Wurstbürste. Die lecker Wurstbürste. Wir sind hier auf die Feuerzangenbohlemarkt. Wenn ihr da hin möchtet, geht ihr über die Hohlstraße rüber. Ja, das ist hier vorne. Und geht dann die Straße hier komplett runter am Früh vorbei. Von früh kommt ihr automatisch hier hin. Oder einfach von der Domplatte, direkt daneben. Auf der Domplatte, die Treppe runter und dann links herum, dann seid ihr auch kaum. Also nicht ein bisschen versteckt, wie ihr seht, aber man kann es trotzdem gleich finden. Auch besonders, wenn die Richtung Altstadt gehen. Zum Beispiel Hotel Europa, das ist auch ein Anblick hier vorne. Hotel Europa. Ja, gegenüber Hotel Europa. Ja, genau. Man kann es auch sehr gut finden. Ja, klar. Das findet ihr, Freunde. Das schafft ihr. Ja, klar. Das sind kleine Häuschen für die Gemütlichkeit. Da sind die kleinen Häuschen. Die können wir fein setzen. Wir können eine Feuerzangenbohle trinken. Ja, oder guck mal. Da sind Zuckerstangen. Ja, oder Maronen. Also man kann hier wirklich relaxen. Hier klein aber fein. Also es lohnt sich wirklich. Ja. Und ihr habt hier Livemusik. Wir können Guys Risee gehen. Na die unfortunately in San Antonio am Zentrum. Ich weiß nur. Wirklich keine schöne Mission. Ja. Das Beste ist. Die Came crises mit ihren Zettel strips. Ja, Sicher ist eben der faremis fancy. Das findet ihr. Römisch-Germanisches Museum. Also, ihr findet das und das ist total schön. Auch wenn es klein ist, kommt hier mal hin. Auch in China ist schon größer. Und dann leiden die Gruppe. Genau. Die Windhühle, ne? Ja, die Superfeste. Ganz schön. Doch, schön. Hallo ihr Mädels. Jetzt muss es gut gehen. Was hast du da? Stoß doch mal an hier. Komm, wir stoßen an. Genau. Das war sehr heiß, aber ich schmeck unheimlich. Und du? Natürlich, wir trinken den hier auf dem Altarmarkt. Ja, im Bad. Christelkinmarkt. Christelkinmarkt. Genau. Also kann man ein bisschen empfehlen. Könnt ihr sehen. Könnt ihr statt mit Essen, wir trinken ja auch. Warum Kali? Wir essen jeden Tag mit Nahrung. Taschenanschlup zu viel, siehst du? Ja. Und, ähm, ja. Also man kann es besten empfehlen. Ja. Genau. Seine Freunde kannst du drehen, da ist dann der Stand. Ja. Ja, dann lassen wir uns gut gehen. Und liebe Leute, wir sagen mal Ciao. Freunde. Wir sagen mal Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Na? Ich sag mal bestimmt für so am nächsten Weihnachtsmarkt. Oder? Nein, denke ich gar nicht. Kippen wir einfach mal. Okay. So, liebe Freunde. Sag ich auch mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen. Teilen nicht vergessen. Liken nicht vergessen. Und ihr wisst ja, bei 1000 Abos machen wir einen Live-Street. Also dann, wir sehen uns. Ciao. Also was war das nochmal? Also abonnieren nicht vergessen. Teilen nicht vergessen. Ah, okay. Mal gucken, ob ich das bis heute Abend. Prost. Schönen Abend noch. Ja. Bis später. Ciao. Tschö.